Musik Das ist eine Information besorgter Bürger. Überlegen Sie sich gut, ob Sie sich impfen lassen, denn Corona-Impfstoffe sind nicht sicher. Bei den Corona-Impfstoffen handelt es sich um experimentelle RNA-basierte Impfstoffe aus dem Bereich der Gentechnik. Diese Impfstoffe sind trotz 20-jähriger Forschung noch nie zugelassen worden und werden jetzt nach nur 8-monatiger Entwicklungsphase der Bevölkerung verabreicht. Mittlerweile sind zahlreiche Menschen kurz nach der Impfung verstorben. Zudem lehnen die herstellenden Pharmaunternehmen und unsere Krankenkassen jegliche Haftung für Impfschäden ab, da ihnen das wirtschaftliche Risiko zu groß ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Applaus 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 Vielen Dank.